Ich hab gerade mir angeguckt, wie man eine Transfer Note macht, damit wir Generatoren zusammen craften können. Ist nicht so schwer. Ne, ist nicht so schwer. Brauchst nur eine coole Idee und drei Milliarden andere Geräte. Ja, wie so ein Samplitable. Ja. Ne, quält. So, eins, zwei. So. Drei ist da, den vierten baue ich noch, da baue ich noch ein bisschen Eisen. Nur nur ein paar Diamanten und einen Haufen Obsidian und drei Milliarden. Ja, meine Güte, stellt sich doch an. Ja. Und GTF halt, weißt du doch. Äh, stellst du jetzt aber an? Nö. Machen wir schon. Wie der den Baum einfach immer noch nicht fertig hat. Nein. Nee. Okay, er ist ein Faschist. Äh, was hab ich dann da... Weißt du, wie die Deutsche Moor hieß? Äh, hieß? Äh. Ich glaube, so machen. So, dann wollen wir mal. Eigentlich könnten wir unseren Boden auch aus Bärenmischung machen, oder? Nein. Kann ich auch hier drauf wohnen. Hier ist ein coolen Disco-Boden. Das enttäuscht mich nicht. Ach, da müssen jetzt überall diese scheiß Ironpipes rein, ne? Oder? Na, ich glaube, so kann er das auch. Du musst doch nur hier einen hinpacken. Hier nur einen großen Ironpipen. Ich muss das anders machen. Du wolltest ein Goldpipsen. Nee, ich muss dem ja einen größeren Radius geben. Und hier einfach einen hinten packen. Die kann weg. Erstmal. Ähm. Damit er da hinten ein bisschen Schwung kriegt, kriegt er da hinten schon eine Goldpipe. So. Jetzt muss er so rum. Die kann eigentlich auch weg. Die kann eigentlich auch weg. Eins. Zwei. Okay, uns fehlen nur sechs Bärenbüsche. Wohl. Sind 590 Bärenbüsche vor. Nur 96 oder so. Wie krank ist, du willst. Standbild. Pass auf, wart ab, wenn das Ding zwei Stück hoch ist. So. Sehr gut. So einsaft. Cool. Jetzt brauchen wir. Vorsicht. Brauchen wir den hier noch. Den stelle ich jetzt hier hin. Den kriege ich jetzt auch noch hier hin. Nein, es fehlt eine Pipe. Ernsthaft. Nein. Wir brauchen eine Pipe. Doch. Ich baue mal eben eine. Oh, ich brauche Lead. Läde. Läde. Wir müssen den hier oben noch nicht anschließen, den Harvest. Doch, warum? Die Pipe baut doch sehr empfrieben ab. Nein, warte, ich baue doch eben welche. Warte, da können wir noch welche dran bauen. Hallo, dass sich viele Dinger produziert werden. Von Läde. 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 Jetzt fehlen noch vier. Oh, ich habe noch einer. Zack. Zack. Ich habe nur einmal Läde. Wollte ich doch nach. Ich habe doch irgendwo noch eine Läde gehabt. Oh, das Läde. Ja, ich habe doch irgendwo Läde. Zack. Eins, eins, eins. So, alles zugekleistert. Eins. Der entsurft alles voll. Eins, zwei. Mir fehlt einer. Oh, krieg dich doch. Oh, ich kann das hier Ding. Digger. Ja. Ja. So. So. Da vorne. Jetzt haben wir Läde. Zack. Ich glaube, das Ding sollte jetzt nicht mehr so schnell alle gehen. Da hin. Obwohl, die verlieren gut Strom. Wer frisst denn so viel? Ganz ehrlich. Ist ja irgendwas am Boden. Doch, der frisst doch das viel. Die, die, die ziehen sich gerade alle komplett voll. Die Geräte. Aber dann zieht er sich. Jawohl. Jetzt zieht sein Buffer voll. Jawohl, dann ist gut. Aber nicht so ganz, ne. Der hapert. Obwohl, der geht immer leicht hoch. Der geht aber nur minimal hoch. Der geht immer so ein Tausender Schritten hoch. Aber er läuft flüssig, sagen wir mal so. Ja, gut, das reicht ja. Sieht sich jetzt gerade alles sein Buffer irgendwie voll? Muss das ja. Aber die ganzen Dinger sind weg, ne? Dinge. Die ganzen. Oder hast du noch welche? Die alle elementar. Wie viele? Was? Wie viele Dinger hast du? Füll dir mal voll. Sechs Dicks oder so. Ja, entfüll die voll. Voll. Ja, was machen wir jetzt mit dem Rest? Kannst du den nicht in den Crafter irgendwie reinpacken da vorne? Das Craft-Feld in das Ausgabe-Feld? Ne, geht nicht. Hm. Hm. Warte, ich hab ne Idee. Ja, wenn dann mit einer Pipe, ne? Obwohl, behalte mal. Dann kann ich... Gib mal her. Gib mal her, gib mal her, gib mal her, gib mal her, gib mal her. Gib her. Ich mach jetzt einen Trichter. Und füll das da hinten bei dem einen Ding da rein. Dann hat der auch... Hat der Baum. Dafür brauch ich auch... Ich hab, glaub ich, noch genug. Geh, Strom. Geil, das ist einfach. Es dauert sich trotzdem noch Zeug auf. Na, das wird weggehen. Nee, wird's nicht. Doch, das wird weggehen. Irgendwann, irgendwann ist, glaub ich, zu viel. Aber erstmal staut sich das nicht. Wenn der Crafter weiterarbeitet so lange. Oh Gott, ey. So. Na, die Energy-Slave füllt sich gerade. Na, dann ist top. Dann ist der Crafter voll, ne? Ja. Oder der Crafter hat nix zu arbeiten. Der ist voll, der hat zu arbeiten. Oh, Slug. Guck mal, wie Slug voll wird. Ist auch gut. Scheiß, Alter. Wie viele Bäume haben wir schon wieder? Ja, ey, wir haben jetzt schon ein Stack Bäume schon wieder. Läuft bei uns, Alter. Läuft. So. Nimmst du raus? Ja, ein nimmt raus. Super. Okay, es läuft alles. Läuft bei uns. Alles gut. Finde ich gut. Läuft gut. Finde ich gut. Äh, warum sind hier noch... Ach, du hast noch ein paar Blueberries reingepackt, gehört. Ich tausche meine aus. Ich hab noch einen Westberry. Ja, ich hab ein paar Blueberries reingepackt, oder... Ach, ich hab noch ein paar Blueberries reingepackt, oder... Ach, sieh. Kann ich jetzt nicht drauf stapeln? Warum nicht? Ach, man fick dich. Dann schick dich einfach. Pech gehabt. Ein bisschen selbst wachsen. So. Dann haben wir das. Dann würde ich sagen... Äh, ich hole jetzt ein Stack Holz heraus. Brenne das in Kohle rum. Dann haben wir Strom. Null. Wirklich die Turtle, würde ich sagen, ne? Der Crafter zieht sich gerade wieder sein Buffer vor. Warum? Ja, weil er wieder Arbeit hat. Er hat aber gerade auch gehabt. Ja, aber der wird zum Föhnens arbeitet jetzt auch. Achso, ok. Die tausche ich mal, dann macht er so. Ah, passt doch. Alles supi. Alles supi supi. Läuft doch. Ah, so irgendwelche noch Probleme hier. Guck mal, jeder fühlt sich wieder statt. Niu, 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 niu. Liegt der denn alle voll? Ne, das sieht, wo man hinten einfach mal ne Kiste ran stellt. Hm, der ist voll nachher. Glaub ich ihn ja auch. Ja, jetzt müssen wir Erz eigentlich beschaffen. Ich geh ein bisschen mein. Ja. Soll ich mal ne Quarry bauen? Haben wir die Materialien denn schon? Wollen wir denn alles für die Quarry? Ich gar nicht. Quarry. Ja, das sind einfach nur ein Haufen Gears. Ja, und? Acht, das sind elf Diamanten. Ja, vier. Also sechs Diamanten haben wir. Ja, dann geben wir noch ein bisschen Farmen und bauen uns ne Quarry. Okay, ich nehm bisschen Essen mit. Ja. Lass uns mal noch nen Juicer bauen. Ich baue mal eben noch einen. So nen On-The-Go-Juicer. Warte, ich hab noch ne Paintbrush. Warte, ich kann das, äh, machen. Ich hab noch den ganzen Krams. Ja, dann mach noch einen. Da muss man... Das normale Essen mal ein bisschen. Boah, das ist ein Stein. Wir haben keinen Stein mehr. Wo ist ein Stein oder was? Oder... Wer ist so ein Stein? Ich brauche noch einen Clean Stone. Äh... Clean Stone sieht glaub ich schlecht aus. Wo ist denn das Flashback eigentlich? Wat? Mein Flash... Wo ist mein Flashback? Das ist, äh, hier. Da. Hab's gefunden, ja. Da hab ich nämlich noch so viel... Futter drinnen. Also Clean Stone hab ich bei mir noch im Ofen. Ja, wir machen das schon irgendwie. Du bist ja da hinten ganze Zeit beschäftigt. Kann man Kartoffelsaft machen? Das weiß ich nicht. Uh. Ein Kartoffelsack. Eine Kartoffelsuppe. Pommes! Man kann Pommes herstellen. Wie kann man Pommes herstellen? Oh, da braucht man eine andere Zeug. Ach, halt's mal damit. Dann will ich keine Pommes.